Mein Name ist Christian Seifert, ich bin der Direktor im Cousana Domizil Griesheim und heiße Sie herzlich in meiner Einrichtung willkommen. Meine Führungsphilosophie als Direktor beruht auf dem Aufbau eines ambitionierten Pflegeteams, der Ausbildung zukünftiger Pflegefachkräfte, der Entwicklung zukünftiger Führungskräfte im Pflegebereich, der Kooperation der einzelnen Berufsgruppen in meiner Einrichtung und des Lebens eines ausgiebigen Fort- und Weiterbildungsprogramms. Damit heiße ich Sie als Direktor in meiner modernen, barrierefreien und innovativen Einrichtung herzlich willkommen und freue mich, wenn ich Sie in meiner Einrichtung begrüßen darf. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.